So, hups, sind wir mal wieder am Baggersee. Zeus hat doch glaube ich schon Lust. Wetter ist doch gut. So richtig weit war das ja jetzt nicht. Hauptsache der Hund hat Spaß. Naja, schwimmen tut er mittlerweile richtig gern. Richtige Wasserrad geworden mittlerweile. Wie ihr sehen könnt, er hat wirklich unheimlich viel Spaß im Wasser, aber das ist ja auch umso schöner. Umso mehr Spaß die haben, umso mehr Spaß hatten wir rumzauern. Was machst du jetzt? Schiebst du dein Stöckchen? Willst du schon wieder die anderen haben, he? Ja hier, das ist wirklich sowas, das kann man mit dem Zeus stundelang machen. Er hat immer wieder Lust. Der hole ich aber nicht mehr, freundchen, den du nicht mehr mitbringst. Nur mal so ein kurzes Wasservideo. Damit ihr seht, wie viel Spaß der Zeus mittlerweile beim Wasser hat. Jetzt lassen wir ihn mal rauskommen. Er dreht natürlich auch manchmal dann ein bisschen durch und macht dann hier seine Slalom um die Bäume. Aber, nee, ich kann lieber Stöckchenfrasse. Stöckchenfrasse ist ja sowieso ein Zeus seins. Also der liebt ja Stöckchen in jeglicher Form. Ah, da haben wir den von gestern, gell. Amol, Marlene. Schön, Digga. Auf, bringt! So, nicht direkt vor die Füße, aber lassen wir uns gell, Digga. Ja, dann komm, machen wir ihn auf. Wieso haben wir überlegt? Naja, nur mal so ein kurzes Wasservideo. Damit ihr mal seht, wie schön es sich macht mit dem Wasser. Am Anfang konnten die ja nicht mal richtig schwimmen. Ich hatte ja schon mal ein Video, wo am Schwimmen war. Mittlerweile klappte da alles richtig cool. Er springt auch richtig rein und hat halt richtig Spaß im Wasser. Ist natürlich noch schöner, wenn die mit zwei Mann sind. Oder hier sind auch öfters mal andere Hunde. So Baggerseische. Da geht ihr schon gern hin, muss ich sagen. Alles klar, macht ihr gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. So, da hab ich grad gedacht, ich mach noch mal ein Stückchen. Und gucke, ob, weil er grad so schön hier wieder sein Rundarmflitze war. Aber ist ja immer so, sobald man das Handy rausholt, hat er sich wieder den nächsten Stock geschnappt. Na ja, ihr könnt nochmal gucken. Es hat nicht ein schöner Platz. 20 Minuten ungefähr von mir. Zeus hat hier schon richtig, also nicht nur der Zeus natürlich, von meiner Schwester, der Mephisto. Der geht natürlich auch ganz oft mit hier hin. Der hat hier schon richtig Laufwege hat er sich schon hier erlaufen. Durch die Bäume, wo die immer Fange spielen. Das ist einfach nur super drin zuzugucken. Mal gucken, ob ich dort nächstes Mal mal ein Video mache. Aber hier ist einfach super. Der Hund kann hier schön spielen. Weit und breit, keine Menschenseele. Man muss auch nicht so schwer aufpassen. Kann also sich einfach hier hinsetzen. Kann mal ein bisschen das Wetter genießen. Dem Hund zugucken. Einmal frei. Okay. Jetzt aber. Machen wir uns gleich mal auf der Heimweg wieder. Und dann üben wir wahrscheinlich noch ein bisschen im Hof. Alles klar. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht gut.